Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Herr Reichs-Präsident von Hindenburg, Nr. 1025. Dankeschön. Dankeschön. Chancellor von Parten, accompanied by his wife, arrives shortly afterwards to cast his vote. Herr Reichs-Präsident von Parten, Nachtrag Nr. 48. Die Beurteilung der Reichs-Präsident von Ausland verwahlen. Herr Reichs-Präsident von Parten, Nachtrag Nr. 48. Herr Reichs-Präsident von Parten, Nachtrag Nr. 48. Herr Reichs-Präsident von Parten, Nachtrag Nr. 48. Herr Reichs-Präsident von Parten, Nachtrag Nr. 49. Vielen Dank.